Und hier gibt es mal 10 Freispiele. 2 Euro Einsatz. Los geht's. Und das stellt euch doch mal hin. Übel. Jetzt aber los. Oh ja. Haben wir schon besser gesehen. Aber gut. Was willst du machen? Dann bleiben es eben 74. Es wird es dran. Schauen wir mal hier rein. 6 und 4. Na ja. Dann muss er sich schon richtig hinpacken. Okay. Kriegen wir nochmal eine 5er Reihe. Hochnet. Hochnet. Und hier kommen wir an zehn Fallspielereien, zwei Euro einsatz Mystery of the Maya. Das sieht aus. sehr schön gar nicht mal so schlecht her damit und hier gibt es mal vier muscheln und hier gibt es mal vier muscheln schon wieder vorbei so dann schauen wir noch mal hier rein was hier so abgeht korrekt sagt er los gehts das nutzt mich da hinten so ist was vernünftige auch so ein kran in der mittlere nicht ganz aber ok kopf und schmerzlos und heute gönnen wir uns mal eine runde mystic dude zwei euro spiele entsatz so 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 Und hier haben wir eine Runde Havanna Heat, 2 Euro Einsatz, wir nehmen 6 Euro, das war wohl nicht die richtige Wahl, einmal nix, und hier mal 4 Bücher, 1 Euro Einsatz, 1 A, Alter. Das war's. Und das waren sie schon wieder. Und wir drehen mal hier eine Runde. Oh, jetzt noch ein bisschen mehr hier. Übel. Schwache Nummer. Das haben wir aber schon besser gesehen. 14 Euro. Schade. Dann schauen wir doch mal hier rein. 1 Euro Einsatz. Und ein paar mehr könntest du ja rausrücken. Und dann gibt es hier mal eine Runde. Lange nicht gespielt. Und dann schauen wir mal die Zeit. Los geht's. Und davon leuchten wir ein paar mehr. Nummer 10. Bezahlte 44. Dann drehen wir mal hier eine Runde. Bücher. So, los. Wir anstellen hier Symbole. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Schöne Mischung. Das ist schon mal hier. 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 Das war's für heute. Und die Nummer 15 bleibt dabei. Und heute mal eine Runde Thai Flower 2 Euro Einsatz. Mal gucken was das bringt. Davon bräuchte ich mal fünf. Das war's für heute. Und eins haben wir noch. Vier dazu. Und mal eine Runde Buch der Hanse. Okay. Erster Symbol hätten wir. Und ob was nachkommt. Das war's für heute. Boah geht's krank. Boah 2. Mann keine Verlängerung. Okay nischt. 18 Euro kannst du dir doch klemmen. Und eine Runde. Book of Ra 6. 2 Euro Einsatz. Jawohl. Aussage. Günter Auf war. ngày 10 Euroленияller. Und an mit dem Runde. los geht doch noch raus jetzt aber los jawoll 4. 5. Geil da sollten ja auch Action Games sind schönes Bild richtig nice 10 Stück richtig geil sauber 5. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 14. 10. 11. 11. 12. 1800 Reduce 19. 16. 17. 17. 18. Breaking Ball Und die Nummer 20, Zwillinge nochmal, so Kassensturz, sehr schön.